Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute wieder Minecraft on the Sea Dive. Wir gucken mal, ob wir hier rauskriegen. Und wie dann noch gerade. Okay. So sieht es gut. Für die SCM oder? Für die Fristin Gäse. Die greift uns auf jeden Fall schon mal nicht an. Ähm. Sie freut sich tierisch. Das ist schon mal klar. Aber gut. Dann habe ich jetzt eine Ratte. Ähm. Sie hauen und verletzte Ersten. Und wir haben hier Upgrade. Und wir haben hier Upgrade. Fight Upgrade. Blacklist Update. Watt Upgrade. Lumberjack Upgrade. Können wir die ja das geben? Oder? Ja. Mal stehen. Die Ratte. Die Ratte. Interface oder so. Wie soll man denn der Ratte. Da dabei bestehen. Ähm. Wir könnten mal gucken. Da war ja irgendwo dieses das Problem ist Sneak and right click Was habe ich da gemacht? Wo ist die Ratte? Ratte? Gut Auch die hätte sich glaube ich umgebracht Oder? Die hätte nämlich auch noch mit zu finden Wir könnten mal gucken ob wir bei uns eine neue machen können Hier ist doch nichts drunter Und leider habe ich auch noch nicht herausgefunden warum das hier nicht funktioniert So Ich muss noch mal holstehen Und stinken Hier packen wir ein bisschen mehr rein, damit wir langsam mal eine Serious reinventar wieder kriegen Lumberjack, das würde heißen, die Rotte könnte Bäume fällen, wenn wir sie wieder finden würden. Oh, jemand hört zu, damit die nächste Rotte nicht rausrennt, hat die sich hier irgendwo hinter versteckt, nein. Dann mal wieder eine Rotte, und die, die von rechts, geht nicht, so brauche ich es nur. Hm, da war mal eine Frage, warum das nicht funktioniert mit dem Sneak and White Click, brauchen wir dafür den Start, da öffnet sich auch kein Interface. Ja, freu die anders, die dreht ja schön durch, die Rotte, da ist nicht auf eine Rotte gewandet. Gut, wir könnten der Rotte jetzt so zu fressen geben, wenn die schon wieder nicht weg wäre. Warte, Tui, wo bist du? Och, Menno, immer dasselbe hier. Die ist nicht schon wieder weg. Ne, da ist er. Ich glaube, ich kriege eine Krise mit den Ratten. Die Ratten. Die Ratten müssen irgendwo diese abkreuz kriegen. Und wo ist sie jetzt schon wieder? Trifst und ist weg. Die Ratten. So. Nein, dann. Die Ratten. Siegandreiß. Klicke. Hallo Ratten. Tui! Ist das schon wieder irgendwo da hinten? Ja, wie das halt? Ich bin auf jeden Fall raus, aber wie geht man dir denn abgrain? Hmm, Optionen? Control Ähm Warte, meine Alex So kann ich hier auf jeden Fall nichts geben Wenn ich was liegen gehe, passiert auch nichts Ja gut Da sollte ich mich mal informieren, wie man die Ratten zähmen kann Ich hab keine Ahnung So, apropos, ich hab keine Ahnung Wir müssen ja in den Questbuch weiter kommen Wir könnten uns mal in den Portemonnaie machen Damit wir die ganzen Sachen auch irgendwo So, die Gälder schon mal raus haben Und verstauen Interessant So, das kommt aus So, davon machen wir gleich mehrere Ähm, Questboco bist du Ja, ich wollte schon sagen Besser So, haben wir So, haben wir Die haben wir noch So, So, das ist So, das ist Und zwar die Kiste davon zwei und Kakao oder was auch immer ist. Jetzt kann man nämlich die Kohle hier reinpacken. So, wo haben wir denn unsere Scheine? Oder Kleingeld? Warte mir nicht mehr Scheine. Neula. Haben wir hier noch ein bisschen geht? Da auch nicht. Äh, ja gut. Da auch nicht. So, jetzt können wir es hier auf jeden Fall reinpacken. Und dann wissen wir schon mal wie viel Geld wir haben. 90 Dollar. Wow. Weniger Platz weg. So, hier haben wir noch mehr. Schauen wir uns mal später was kaufen. Brauchen wir zumindest. Gucken wir wie die Preise sind. Ähm, abends Quest. Gucken wir mal noch mal Geld. Ja gut. Warte mal einfach da rein. So, Quest complete. Ähm, dann brauchen wir einen User. User wird einfach raus und drängt und um einen Stein gemacht. Okay. Ähm, Plates. Also Stein haben wir hier. Plates können wir uns auch gleich hier draus machen. Ja. Warte jetzt eine drucken Platte oder ne. Ich schicke nochmal eine Platte. Und jetzt machen wir die Appelsaft. Jetzt hat man glaube ich ein bisschen mehr Gesundheit und all das davon kriegen. Warte jetzt noch. Warte jetzt noch. Oder. Entschuldigt. Können wir auf jeden Fall auch gleich kleben. Warte jetzt noch ein bisschen schneller. Na ja. Irgendwas gibt. Gut. Klären wir kriegen wir irgendein. Optisum. Ja. Kriegen wir überhaupt immer was für. Und dann müssen wir uns ein Lagerfeuer bauen. Aus. Cobblestone. Und aus Holzscheiben. Problem ist, dass wir kein Cobblestone mehr haben. Ne. Wir müssen jetzt. Cobblestone abbauen. Ist ja kein Problem. Wir haben hier Stone. Ähm. Wie viele waren es? Drei oder vier? Wir brauchen mal vier. Vorsichtshalber. Ja. 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 Dann müssen wir hier wieder rein. Eins. Zwei. Drei. Eins. Drei. 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 Hm. Warte mal so vier. So das heißt es sollte unten mal kalt werden. Können wir jetzt ein Lagerfeuer machen. Wir bekommen wieder eine Potion und noch mal Flint in Steel. Ich werde mich erkundigen, wie wir die Raten zum Einsatz kriegen. Und dann werde ich die Ratte da mal dressieren. Nächster Quest. Charcoal. Jetzt müssen wir wieder Kohle machen. Oder haben wir noch Kohle? Kohle haben wir noch. Ich brauche keine Shark Kohle. So, den Block of Shark Kohle zünden wir an. Und dann kommt es raus. Also brennt auf jeden Fall länger. Wenn man doppelt Charcoal machen kann. Wie viel waren davon eigentlich? Wir brauchen vier Blöcke. Sollte nicht das Problem sein. Sollte schnell gehen. Lassen wir noch in. So. Und daraus machen wir jetzt den ganzen Block. Und wie gesagt, den zünden wir dann auch ein. So. So. Ich hoffe es war jetzt richtig. So. 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 Ch Antrierewandelle. So. sweise erst iminho�. Ver remar shorts. Und auch Quest-Conkey, wir kriegen wieder Mesh und Diamond, wir nehmen die Messer, Messer und wir brauchen gerade keine eigene machen. So, auch completed. Wir sind hier fast durch. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Flasche, wie wir die machen. Super Hotdrink. Verstehe nur Warnhof, weil es gibt kein Rezept für die Flasche. So, ein Slap und. Achso. Gut. Das Problem wird jetzt sein, dass wir unser Sand noch nicht verbraucht haben. So, ein Slap. Dann können wir nämlich die Flasche herstellen. Können wir da ganz normal Wasser reinmachen? Und wir können hier auch ganz normal in den Ofen schmeißen, glaube ich. in den Ofen schmeißen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt heißen Wasser. 2 Flaschen Wasser brauchen wir. 3 Flaschen Wasser brauchen wir. Also nochmal. Hier ist noch nie vorzüglich ich die brauche aber gut. Wollt das hier oben rein hauen, dass er passt schon durch, ja. Und wir kriegen noch Gold Potions, so, äh, Magna Block. So wie viel Magna Blöcke brauchen wir denn, einen einzigen erstmal. Am Start. Und wir kriegen es raus, und was haben wir hier? Ähm, Schal und Ding. Hallo. 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 Hi. Hallo. sophomoren. Hallo. Teuu... So, könnten wir mal gucken, da kommt auch nichts, entweder haben wir zu wenig Wasser drin, obwohl das Ding eigentlich voll ist. Gehen wir noch mal auf die Vines, das ist genug, die Worte, ähm, ich habe das Problem gefunden. Ist das Ding jetzt schon leer, oder ist so viel Wasser reingehauen? Und wir brauchen Pured Water. Pured Water, wenn wir nicht reinkriegen, oder das wäre ja, die ganze Wasser wieder rausgeholt haben. Heute geht es mal ein bisschen, ein paar Sekunden länger. Mein Fehler. Das muss natürlich leer sein. Fünf Eimer drin. Vier. Zwei. Eins. Zwei. 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 Zwei... Zwei. Für den Wurz ist das nicht die Besuchung anscheinend. Wir haben da rein theoretisch gesehen, haben wir 4 Eimer Wasser drin. Familien. So, wieder. Für den Wurz da. Für den Wurz ist es mir egal. Da waren 9000 drin. Auch nicht die Lösung meines Problems glaube ich. Obwohl wir jetzt genug Wurz da drin haben. So, jetzt würden wir 16000 drin haben. Ich werde mal googeln. Woran das liegt. Und dann werde ich euch hier herstellen. Alles klar? Dann danke ich euch für dabei sein. Und denkt dran. Morgen 13 Uhr die nächste Folge. Bye bye. Ciao, ciao. Ich bin immer raus. Ich bin immer raus. Ich bin immer raus. Ich bin immer raus.